Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast, mit Alexander Fügut und Michael Sprenger. Schwertgeflüster, Folge 25. Was ist das Wichtigste im HEMA-Anfängertraining? Wie immer mit mir, Alexander Fügut und Michael Sprenger. Hallo Michael. Hallo Alexander. Anfängertraining haben wir uns deshalb rausgepickt. Wir wollten mal wieder was über das Training machen, wie man das aufbaut, was man da beachten muss. Das ist aber als Themenkomplex ziemlich groß. Wir haben gesagt, Anfängertraining ist ein Teilbereich davon, der für jeden relevant ist. Sowohl für Leute, die selbst vielleicht gerade Anfänger sind oder Anfänger betreuen oder das Training konzipieren. Und es ist ein bisschen kleiner vom Thema her. Das heißt, man kann da mehr ins Detail gehen, wovon wir denken, dass ihr, unsere Hörer, wahrscheinlich eher profitiert. Und ja, so ein bisschen wie wir das in anderen Folgen zum Aufbau des Trainings auch schon hatten, ist also ein bisschen die Grundfrage, was möchte ich denn eigentlich mit meinem Anfängertraining erreichen? Also vielleicht noch einen Schritt zurück. Es gibt ja so zwei Grundansätze. Der eine ist, ich mache einen eigenen Kurs für Anfänger. Ich mache das irgendwie separat von meinem regulären Training. Und das andere ist, die Anfänger werden irgendwie ins normale Training integriert. Wir meinen beides mit Anfängertraining, weil ja beides Varianten sind. Aber trotzdem, erstmal ist die Frage, was möchte ich denn eigentlich tun? Was möchte ich denn überhaupt erreichen mit dem Training der Anfänger? Ja, was würdest du sagen? Was versucht ihr zu erreichen? Ich werde erstmal noch ergänzen, weswegen wir die Folge machen. Ein Grund ist auch, dass wir jetzt auch innerhalb des regulären Sportfechtens bekannt sind. Und da wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen feststellen werden, dass HEMA das Eigentliche ist, was sie machen wollten. Und jetzt ist es einen enormen Zulauf geben wird und wir da einfach die Community hier entsprechend drauf vorbereiten müssen. Ja, das kann man nicht einfach so abfedern, wenn da auf einmal die Anfängerzahlen explodieren. Ja, was möchte man mit dem Anfängerkurs erreichen? Da stellt man sich zuerst mal die Frage, wer kommt denn da überhaupt? Also beim historischen Fechten ist es ja so, dass wir ein sehr breites Spektrum an Zuläufern haben. Das sind an der einen Seite Leute, die sich für, ich sag mal, Mittelalter interessieren, vielleicht auch mittelalterliche Kampfesweisen, die Leute, die sich für vielleicht Fantasy-Sachen interessieren. Und auf der anderen Seite Leute, die sich sehr für Sport interessieren, sehr für Wettkämpfe, die vielleicht auch schon andere Sportarten gemacht haben. Das von mir gerade angesprochene Sportfechten oder Karate oder MMA, die da schon sehr viel Erfahrung haben und die auch diesen athletischen Aspekt suchen. Und diese muss man jetzt alle irgendwie mit einem Anfängertraining unter einen Hut bringen, was gar nicht so trivial ist. Denn den einen musst du vielleicht erst mal mehr an motorischen Fertigkeiten mitbringen, also beibringen, aufbauen. Und bei der anderen Gruppe musst du es aber auch so gestalten, dass die sich nicht langweilen, wenn du den einen, also übertrieben gesagt, den einen musst du laufen beibringen und die anderen langweilen sich dabei. Das heißt, da ist es... Ich muss mal kurz zwischenfragen, hattet ihr das wirklich schon mal, dass ein Anfänger bei euch auf der Mattenstelle gesagt hat, ich habe Bock auf Hema-Turniere und deshalb möchte ich mit Hema anfangen? Das ist bei uns noch nie vorgekommen. Ehrlich nicht. Also wir hatten, ich weiß gar nicht, also es kam auf jeden Fall vor, dass Leute aus kompetitiven Gründen, weil sie Bock hatten, irgendwie eine neue Kampfsportart zu machen und sich auch da drin zu messen, zu uns gekommen sind. Das passiert. Spannend. Nee, das hatten wir noch nie. Also die Leute fangen das vielleicht an, wenn sie dann ein paar Jahre bei uns sind, weil sie irgendwie merken, das ist ganz nett oder probieren das mal aus, aber dass sie mit dem Ziel zu uns kommen, nee, das hatten wir noch nie. Interessant. Aber jetzt habe ich die unterbrochen, erzähl weiter. Genau. Und da ist natürlich die Frage, macht man jetzt zwei verschiedene Zielsetzungen oder macht man eine, die alle glücklich macht? Oder wie gestaltet man irgendwie diesen Anfängerkurs, dass du diese beiden Bereiche abdeckst? Oder sagst du, der eine ist mir egal, mein Anfängertraining bedient genau das, nimm es, sei damit glücklich oder ansonsten ist das ja einfach nicht so das Richtige für dich. Ja, das sind im Prinzip so die beiden Grundeinstellungen im Anfängertraining, die das eine eben erstmal motorische Fertigkeiten aufbauen und aber auch Motivation schaffen, dran zu bleiben. Okay, also das sind die zwei Sachen, dass du zum einen dafür sorgst, dass du die Leute so ein bisschen anfickst an das Ganze, dass sie auch Lust haben weiterzumachen und dass sie halt motorische Fertigkeiten, wie du sagst, aufbauen, also Fechtfertigkeiten in dem Fall wahrscheinlich. Ja, genau. So würde ich es jetzt vereinfacht runterbrechen. Also die motorischen Fertigkeiten eskalieren ja dann stückweise. Also man fängt an mit einfachen Sachen, Koordination, Hand-Auge-Koordination, Hand-Auge-Fuß-Geschichten oder Bein-Geschichten bezogen dann ohne Waffe, mit Waffe. Das zähle ich jetzt alles darunter. Okay, also auch quasi der Aufbau der Muskulatur, diese Sachen, willst du da auch dazu zählen? Das würde ich auch dazu zählen auf jeden Fall. Also die Grundlagen schaffen, dass Bewegungen sicher ausgeführt werden können. Okay. Ich finde das interessant, dass du auch gerade gemeint hast, man hat also unterschiedliche Leute, die unterschiedliche Erwartungshaltungen haben und unterschiedliche Hintergründe. Das hängt meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach ganz stark davon ab, wie man sich auch nach außen präsentiert, welches Klientel man anzieht. Da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, wenn wir irgendwie Richtung Erwartungsmanagement gehen, auch mit den Anfängern dann. Oder ich erwähne es jetzt einfach nur, da kommt ein ganzer Podcast nicht mehr drauf. Das kann natürlich auch passieren. Okay, das würde ich prinzipiell erstmal so unterstreichen. Das ist ja eigentlich auch was, was den Anfänger oder was das Anfängertraining von dem regulären Training unterscheidet. Natürlich muss man auch beim regulären Training gucken, dass die Leute da irgendwie Spaß daran haben, dass es ihren Zielen entgegenkommt. Aber so dieses, ich muss die Leute erstmal an den Punkt bringen, wo sie sagen, ja, das ist eine total coole Sportart. Ich bin jetzt aus dem Modus raus, dass ich einfach nur mal gucke, sondern nee, das ist total super. Ich will das weitermachen, dass man sie erstmal an diesen Punkt überhaupt kriegt. Und das würde ich sagen, das muss immer ein Teil des Anfängertraining sein, außer man hat so krass viele Zuläufer, dass man sagt, wir haben entweder so wenig Platz oder so viele Interessierte, dass es uns echt egal sein kann, ob denen das gefällt oder nicht. Es bleiben auf jeden Fall genug übrig, egal wie wir das machen. Aber die meisten Himalvereine, die ich kenne, wollen ja eher eine leichte Tendenz zum Wachstum haben und freuen sich ja, wenn mehr Leute bleiben als weniger. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also die meisten freuen sich darüber, ist aber eben wirklich die Frage, will man überhaupt Zulauf haben? Kann man sich das überhaupt leisten? Kann man das überhaupt abdecken? Keine Ahnung, wenn jetzt plötzlich bei einer Trainingseinheit fünf bis zehn neue Leute davorstehen vor der Tür, packt man die jetzt dazu oder tröstet man die? Da hast du jetzt schon ganz wunderbar den Bogen geschlossen. Und zwar Einfängerkurs, separates Training oder nicht? Exaktamente. Also ich kann da sagen, wie wir das machen. Wir haben relativ früh einen eigenen Anfängerkurs etabliert, weil wir gemerkt haben, dass es relativ anstrengend ist, die Leute immer so punktuell ins Training zu integrieren. Und weil wir früher noch sehr viel mehr Studenten hatten als jetzt und die Studenten sind immer alle zum gleichen Zeitpunkt gekommen. Das war so Semesteranfang, dann nochmal ein, zwei, drei Wochen und dann waren halt die Studenten so, ah cool, ich bin in der neuen Stadt, was kann ich machen? Ich habe jetzt irgendwie ein neues Semester, mein altes Unisport-Dings, habe ich keine Zeit mehr, was mache ich dann? Und dann sind halt immer ein ganzer Sprung Leute zum ähnlichen Zeitpunkt gekommen. Und uns war es irgendwann zu mühselig, die zu versuchen, ins reguläre Training einzubinden. Weil entweder hast du dann Leute, die eigentlich gar nicht so viel Bock drauf haben, mit Anfängern zu arbeiten, die dann irgendwie dazu nötigst, weil das halt sonst gerade nicht aufgeht. Ja, da hast du halt irgendwie eine Gruppe fortgeschritten, aber die haben eigentlich alle nicht so wahnsinnig Lust, mit Anfängern zu arbeiten. Dann hast du aber irgendwie doch drei Anfänge und dann müssen sie jetzt mit denen, weil sonst kriegst du die nicht integriert. Und es hält die Gruppe an sich natürlich auch auf, wenn die anderen Leuten was beibringen. Und ja, es war halt einfach auch viel zu viel Aufwand für das, dass die ja dann am Ende halt doch wieder auch nicht bleiben. Es ist ja legitim, dass man einfach das mal ausprobiert. Man guckt, ob einem das gefällt und dann halt zweimal kommt und dann nicht mehr. Ja, das ist ja völlig okay, aber wenn wir halt dann die Arbeit damit haben, die jedes Mal zu integrieren und da Leute dafür abzustellen, die nicht selber trainieren können, das war es uns halt irgendwann nicht wert. Ja, fast forward, da haben wir relativ schnell angefangen, einen Anfängerkurs zu machen. Der geht bei uns fünf Monate. Das ist auch an die Semesterzeiten gekoppelt. Wir starten immer in der zweiten Vorlesungswoche, haben zwar inzwischen nicht mehr so viele Studenten wie früher, aber das hat sich als Rhythmus ganz gut bewährt. Und wir starten diesen Anfängerkurs immer mit einem expliziten Tag der offenen Tür. Das heißt, auch da ist die Kommunikation ganz klar. Wenn ihr euch dafür interessiert und einfach mal kommen wollt und einfach mal gucken und dann nie wieder auftauchen, wenn es euch nicht gefällt, dann kommt zum Tag der offenen Tür. Da ist dementsprechend auch immer recht viel los. Also normalerweise sind da so an die 20, manchmal auch drüber, Anfänger dann. Viele kommen auch, kein zweites Training ist aber auch okay. Die sind halt alle geballt da, da ist jetzt Programm auch auf sie zugeschnitten. Und vor allem die Leute, die das betreuen, sind halt Leute, die auch explizit mit Anfängern arbeiten wollen. Also es ist halt so ein Win-Win-Ding für uns gewesen, dass wir den regulären Kurs nicht stören und von da Leistung abziehen, dass wir Leute haben, die wirklich mit Anfängern arbeiten wollen. Und dass wir die gekoppelt zweimal im Jahr kriegen. Und dadurch, dass wir das halt das halbe Jahr machen, kannst du halt den Leuten immer sagen, du, sorry, der eine Anfängerkurs, der ist jetzt gerade kurz vor Schluss und jetzt ist es ein bisschen schwierig. Warte doch einfach noch zwei Monate und steig beim nächsten wieder ein. Da hast du aber natürlich direkt auch das Hauptproblem angesprochen. Warte doch noch zwei Monate. Das kann bei den einen sehr viel Vorfreude auslösen und quasi du hast eine Deadline und weißt, okay, ab dann kann ich das machen. Bei anderen natürlich eine gewisse Frustration, so im Sinne von, ich habe mich so drauf gefreut und scheiße und dann suchen sie sich vielleicht was anderes. Obwohl Hema vielleicht genau ihr Ding gewesen wäre. Wir hatten auch das Problem, als ich noch Training gegeben habe, dass unser Anfängerkurs war dann, ich habe den dann so konzipiert, dass er für, war so ungefähr über den Daumen ein Jahr. Und so vom Einfachen zum Komplexen und vom Leichten zum Schweren so eben dann stetig nach oben gestiegen. Und du hattest halt das Problem, wenn mittendrin einer dazugekommen ist oder eine, dann hat da das entsprechende Vorwissen gefehlt. Und dann war es sehr schwierig, die zu integrieren. Und ich wollte aber damals auch nicht den Weg gehen, das mit diesen definierten Kursen zu machen, dass ich eben sage, okay, immer, keine Ahnung, so wie bei euch jetzt zum Beispiel, immer zu Beginn des neuen Semesters machen wir jetzt einen neuen Kurs. Und weil ich das auch nicht so richtig einschätzen konnte, wie viele dann da bleiben. Also wie machst du das dann, wenn mal einer ein paar Kurse überspringt oder ein paar Stunden nicht da ist? Darf der dann noch mit dabei sein und so weiter und so fort? Und du wolltest was sagen? Also bei uns läuft so, das war auch ein Ding, wo wir uns halt gefragt haben, wie wir das machen. Und wir sind jetzt bei dem System, dass die Leute schon auch mitten im Kurs noch einsteigen können. Sie müssen nur eine Mindestanzahl an Terminen tatsächlich da gewesen sein im Anfängerkurs. Aber die könnten zum Beispiel auch in den letzten fünf Terminen des einen Anfängerkurses einsteigen. Dann sagst du, okay, du bist jetzt fünf Termine da gewesen. Mindestens musst du so und so viele machen, um in das reguläre Training zu können. Du kannst einfach beim nächsten Anfängerkurs da nochmal die ersten Einheiten mitmachen. Aber wir haben ja ausreichend viel Betreuung. Also wir haben mindestens zwei Leute, meistens eher drei, die so einen Anfängerkurs von vielleicht 16 Leuten oder so betreuen. Manchmal auch weniger, je nach, schwankt ja auch immer ein bisschen. Und das ist halt wirklich dann kein Problem, auch wenn Leute dann frisch dazukommen. Dann machen sie halt eine Stunde mal mit dem Trainer, bis sie so ein bisschen das mal gesehen haben. Und dann kann man das ja langsam mit den anderen so ranführen, auch wenn die schon ein paar Wochen vorher angefangen haben. Weil wir da halt die Betreuungskapalitäten haben, das zu machen und halt Leute, die das explizit machen wollen. Da kommen wir dann vielleicht an den Punkt, wie man das Anfängertraining an sich aufbaut. In dem Fall, so wie wir das gemacht haben, beziehungsweise wie ich das konzipiert hatte, war es eben dann ein bisschen problematisch, weil gewisse Vorkenntnisse dann gefehlt haben. Weil der ganze einfache und leichte Teil gefehlt hat, also die Bewegungsgrundlagen. Und man dann schon bei recht komplexen Techniken vielleicht eingestiegen ist. Oder ja, ich nenne es jetzt mal Techniken. Und ich habe damals einen anderen Weg gewählt. Ich habe das modularisiert. Also ich habe verschiedene Bereiche zusammengefasst und gesagt, das ist jetzt ein Modul. Dazu gehören diese und jene Inhalte. Und die muss jemand können, bevor er in das nächste Modul übergeht. Das sind dann insgesamt vier Stück. Eigentlich fünf. Wenn man dann das Modul Prüfungsvorbereitung mit dazu zählt. Und da hat halt jeder abgesteckt drin, okay, das sind die Inhalte, die trainiere ich. Und dann kennen die Leute, die da dazukommen, auch irgendwann die Trainingsmethoden. Und du musst dann nicht mehr viel erklären. Sagst dann hier, diese und jene Übung zu dieser und jener Technik. Du machst das, du machst das. Das vereinfacht es insofern, dass der Selbstlernprozess oder du kannst es ein bisschen outsourcen. Du musst nicht als Trainer dann immer da die ganze Zeit daneben stehen und das überwachen. Sondern du kannst eben die Übung anweisen und die kann selbstständig ausgeführt werden. Also es gibt eine Variante, das zu machen, die nennt sich rotierendes Curriculum. Und das funktioniert im Endeffekt so, du setzt dir einen bestimmten Zeitraum oder du hast einen bestimmten Zeitraum vorgegeben von dem, was du machen möchtest. Und du sagst, das wiederholt sich. Also das könnte zum Beispiel sein, alle drei Monate. Und alle drei Monate geht der Zyklus wieder von vorne los. Und die Einheiten innen drin in diesem Zyklus bauen aber auch nicht alle genau aufeinander auf, sondern sind halt in so Blöcke eingeteilt. Und wo du dann quasi sagen kannst, du kannst jeden Monat anfangen und jeder Monat hat halt irgendwie drei oder vier Einheiten. Das ist jeweils ein Block. Und nach drei Monaten wiederholt sich das Ganze eh. Und dann kannst du die neuen Leute da ganz gut integrieren, weil die können halt immer zu ihrem Block einsteigen. Immer zum Anfang des Blockes. Oder vielleicht sogar jedes Mal, je nachdem. Und dann machen die halt einfach so lange damit, bis sie jetzt das alles einmal durchlaufen haben. Da gibt es auch Bücher auf Amazon zu, aber die kann ich mal verlinken. Im Wesentlichen war das das Konzept. Und das machen wir zum Beispiel in gewerblichen Kampfkunstschulen. Wo du halt auch das Problem hast, dass du eben nicht Leute verlieren willst. Weil du bist ja letztendlich auch darauf angewiesen, dass Leute Mitgliedsbeiträge zahlen. Und ja, da hast du halt einfach so eine Schienel, die läuft halt die ganze Zeit durch. Und du kannst halt jederzeit sagen, hey, wenn du mitmachen willst, klar, kein Problem. Geh da rein, mach da mit im Anfängertraining. Und dann wird das halt irgendwie mitgeschrieben, wie viel du da warst und ob du das alles einmal gehört hast. Und wenn du das gemacht hast, dann darfst du quasi weiter. Wie sieht das denn, also ich hab dich jetzt so verstanden, ihr nutzt das bei euch, dieses rotierende Curriculum. Naja, also eigentlich ein halbes Jahr ist zu lang, aber im Endeffekt ist es das. Du fängst halt alles halbe Jahr neu an. Aber also ich erkläre vielleicht kurz den Aufbau. Das kann ich auch verlinken. Das steht schon ewig auf der Schwabenfedern-Homepage online. Also wie der Anfängungsansicht von der Struktur ist. Und zwar stammt ja noch aus der Zeit, als wir keine Leihmasken und keine Leihhandschuhe hatten, sondern wir hatten nur Leih-Nylonschwerter. Also die nicht so gute alte Zeit, über die wir auch ein-, zweimal schon geredet haben. Und dann hast du natürlich das Problem, wenn du jetzt mit den Leuten anfängst, zum Beispiel Oberhau zu machen, wenn die sich mit der Distanz vertun und der eine läuft irgendwie blöd nach vorne, hat der halt unter Umständen auch mal ein Schwert am Auge. Und das wirst du natürlich unter alle Umständen vermeiden. Und es erfordert nicht so viel Training bei den Leuten, dass sie nicht mehr ganz so viele dumme Sachen machen und das Risiko nicht mehr so da ist, aber halt schon zumindest ein Mindestmaß. Und dann war halt so ein bisschen die Frage, wie machen wir das denn? Und wir wollten aber Partnertraining machen. Wir machen ja auch immer regulären Training. Das ist ja alles Partnertraining. Das heißt, das sollte einen ja auch ans reguläre Training heranführen. Und das, was ich mir damals überlegt hatte, war okay, wir wollen den Leuten auch insbesondere in den ersten Stunden so ein Ding mitgeben, wo sie sagen, wow, das habe ich nicht gewusst, dass das funktioniert und dass man das machen kann. Und gleichzeitig aber was nutzen, wo die Gefahr, dass sie sich gegenseitig die Augen ausstechen, nicht gegeben ist. Und meine Lösung war dann, die allererste Übung, die du machst, ist ein Knopfstoß. Weil, dann hast du ja nur das kurze Ende von deinem Schwert. Das hast du prima unter Kontrolle, das gefährliche Ende zeigt, von dir weg. Und du kannst den Leuten aber halt dieses Ding mitgeben, guck mal so Hollywood-mäßig und stehen wir voreinander und drücken kräftig und schreien uns an und haben eine Diskussion. Das funktioniert halt nicht, weil sobald du die Energie zur Seite ableitest, ist der Weg offen, dann kann man einen Knopfstoß andeuten. Prima. Und der Anfängerkurs ist in so drei Wochen Blöcke unterteilt, also das Training ist einmal die Woche. Und der erste Block ist der Ringenblock. Du machst dann noch eine Entwaffnung, also ein Schwert nehmen und noch eine Variante vom Knopfstoß und das ist quasi der erste Block. Danach kommt dann der Block, wo du mit ... Moment, ich muss kurz nachsagen. Ich habe das schon lange nicht mehr unterrichtet. Du machst nur noch die Pros. Ja, also ich habe das irgendwie ein paar Jahre lang gemacht und irgendwann war es dann auch okay. Das hast du sehr diplomatisch formuliert. Irgendwann war es dann auch okay. Ja, ist halt schon so. Also ich meine, es braucht schon auch einiges an, also es fordert einem schon einiges auch ab, wenn man mit Anfängern trainiert einfach, weil die logischerweise halt nicht viel können. Das ist eigentlich nichts. Wenn du Glück hast, können sie irgendwie, schreibt man sie nicht über einige Füße, aber das ist ja nicht ihre Schuld sozusagen. Aber man muss halt schon auch sehr viel mehr Geduld mitbringen. Äh gut, ich komme gerade nicht drauf, dass es scheinbar irgendwas auf der Homepage steht kaputt. Also jedenfalls ein anderer Block ist der Stichblock. Da hat man dann Stiche, ohne dass man vor allem mit dem Hauer anfängt, sondern einfach quasi aus der Bindung raus Stiche zum Körper. Oder, dass man das irgendwie rein kriegt, okay, jetzt stehen wir ein bisschen weiter weg und du gehst quasi immer eine Distanz nach hinten. Das nächste Ding ist, dass du, okay, jetzt haben wir Knaufschlöse gemacht, also Ringen, jetzt haben wir Stiche gemacht, jetzt gehen wir noch einen Schritt nach hinten, jetzt machen wir Hiebel. Und du kannst aber den Kampf sozusagen immer zu Ende bringen. Also die klämpfen natürlich nicht, aber du weißt halt immer, wie es weitergeht, weil du mit dem Ende angefangen hast. Also der Anfänger ist quasi von hinten aufgebaut. Was ist denn das, wie du den anderen, also wenn du ganz nah beisammen stehst, naja, dann bist du halt im Ringen. Okay, dann weißt du, wie das Ringen ausgeht. Wenn du nicht bis ins Ringen kommst, dann hast du es irgendwie aus der Bindung gelöst und hast einen Stich. Und wenn es nicht bis dahin kommt, dann bist du noch einen Schritt zurück, wo du Hiebe machst und wo du mit den Hieben entsprechend arbeitest. Und das sind immer so drei Wochenblöcke. Danach kommt dann noch ein Block zu den Meisterheuen über vier Wochen. Und ja, das ist so ein bisschen die Idee, dass du die, du fängst nach engen Distanz an, gibst ein kleines Wow-Element mit und dann gehst schrittweise nach außen, während die Leute aber auch lernen, mit dem Schwert umzugehen. Und ja, also seit mal die Schwerter, also ich meine, die Masken haben, ist das eh alles kein so großes Problem mehr. Aber zumindest damals hat das ganz gut funktioniert, auch ohne Maske und Handschuhe. Ja, die Erfahrung gemacht, zugegebenermaßen, das war dann vor meiner Zeit, da hat sich das Ringen nicht sonderlicher Beliebtheit erfreut. Und mag jetzt an der Vermittlung gelegen haben vielleicht auch, dass es einfach nicht so sexy gemacht wurde. Aber ja, es war immer so ein, ja, Ring hat irgendwie keiner so richtig Bock. Und da habe ich mir gedacht, das heißt, wenn man irgendwie mit Ringen anfängt, basierend auf dieser Erfahrung, wenn man mit Ringen anfängt, rennen einem die Leute meistens weg. Da haben die irgendwie nicht so richtig Lust drauf und das hat ja gar nichts mit Schwert zu tun und ach und weh und weh und ach. Und ich habe mir dann gedacht... Wir machen aber nicht Ringen ohne Schwert, sondern nur Ringen am Schwert, falls ich es nicht klar rüberkam. Ah, okay, ja. Ja, also bei uns war es eben früher, früher wirklich so das Ringen, Ringen komplett erstmal ohne Waffe. Und womit ich eigentlich am liebsten natürlich anfangen würde, denn das ist irgendwie so die Basis dessen, was wir da machen. Und dann kommt man natürlich dann irgendwie in den Konflikt, weil einem dann die Leute wegrennen. Das heißt, ich habe ein kleines Workaround gemacht und gesagt, dann fangen wir eben mit einem Oberhau an. Wir hatten den, waren in der glücklichen Position, dass wir Trainingsmasken, Leihmasken hatten. Und auch Leihschwerter, also Nylonschwerter, die guten Blackfenster. Und da konntest du relativ sicher einen Oberhau machen, ohne den anderen irgendwie zu verletzen. Was finde ich erstmal so ein sehr sexy Element ist, wenn du halt da reinkommst und bekommst ein Schwert in die Hand und dann kannst du gleich mal irgendwie auf die Maske hauen. Und ja, das kannst du irgendwie gleich wirksam werden, kannst du in den Treffer landen, weißt du, wie es geht. Das heißt, ich habe alles basierend erstmal von der Handarbeit, also nicht die Meier-Handarbeit, da gibt es ja auch ein Kapitel, was so heißt, sondern einfach erstmal die Bewegungen, die mit den Händen gemacht werden, mit der Waffe. Ich habe mir darauf den Fokus gelegt, weil ich mir dachte, okay, die meisten Menschen schaffen es, ihre Füße voreinander zu setzen, ohne hinzufallen, dass die werden es hinkriegen, bei so einem Hieb stehen zu bleiben. Und die Erfahrung zeigt, dass sie das auch meistens hinkriegen. Es gibt Ausnahmefälle, aber die allermeisten können auch bei Bewegung einer Waffe stabil stehen bleiben. Und da hast du natürlich eigentlich schon mal eine ganze Menge Techniken, die du damit abdecken kannst. Also du kannst den Oberhau machen, du kannst dann in die Bindung gehen, wenn beide gleichzeitig den Oberhau machen und du kannst dann so ein bisschen drücken und dann kannst du theoretisch ein Duplieren machen, was ja eigentlich auch nur ein Oberhau hinter die Klinge aus der Bindung ist. Und dann kannst du sowas wie Nachreisen machen, da hast du so eine Timing-Geschichten und Abstandsgeschichten oder ein Überlaufen und da kriegst du mit, dass zum Kopfhauen cooler ist als das Geißeln und so weiter und so fort. Und ja, ruckzuck war im Prinzip dann schon das erste Modul geboren mit den Techniken, die so ein bisschen zusammengeschustert waren. Also was heißt zusammengeschustert, aber die so ein bisschen aufeinander aufbauten. Und da war der Oberhau dann eigentlich so mit drin. Und dann ging das Gleiche nochmal weiter. Und dann sollten wir aber nochmal drüber reden, was denn eigentlich das Ziel des Anfängerkurses ist. Weil, also Ziel, ich will denen irgendwie Fechten beibringen, das kann ja viel heißen. Ja, das kann ja sein, du sagst, du machst einen Anfängerkurs, egal ob der erst ein halbes Jahr ist oder ein Jahr ist. Und da möchte ich, also da habe ich den Anspruch, dass die Leute hinterher, dass wir sie da gelernt haben, anwenden können. Das wäre ja eine Variante, das zu machen. Bei uns ist es so, das Ziel des Anfängerkurses, ich habe den früher auch immer Einführungskurs genannt, das hat sich aber nicht durchgesetzt. Da ging es tatsächlich um eine Einführung in das Gesamtsystem. Es ist nicht der Anspruch da, dass die Leute das anwenden können, weil da fünf Monate natürlich auch viel zu wenig sind. Beziehungsweise, wenn das das Ziel wäre, dann würde ich vielleicht zwei Sachen machen oder vielleicht mal drei, aber ja, auf keinen Fall so viele. Sondern, dass die das einordnen können, dass wenn sie jetzt danach ins reguläre Training kommen, wir machen da irgendwas, dass sie da nicht irgendwie fragen, boah, ich check das überhaupt nicht, was hat denn das mit irgendwas anderem und warum machen wir hier überhaupt was am Ringen? Ich mache durch den Schwertkampf. Dass diese Fragen halt alle geklärt sind und dass sie wissen, wo sie es einordnen müssen. Dass sie große Teile des Systems einfach schon mal gesehen haben, ohne dass sie die jetzt besonders gut anwenden können oder überhaupt anwenden können. Das kommt daher, weil es mich ziemlich genervt hat. Ich hatte lange Diskussionen und immer, also das wäre heute wahrscheinlich auch nicht mehr so, aber wo halt Leute genau solche Dinge wissen wollten, wiederholt und dann jedes Training auch wieder. Und das hat mir irgendwann dann gereicht und mir gesagt, nee, Anfängerkurs, der geht einmal durch das ganze System durch und dann wissen sie hinterher, okay, so hängt das alles zusammen, ich weiß, wo die einzelnen Punkte sind und dann kann ich mich hinterher darauf stürzen, die einzelnen Punkte dann auch tatsächlich zu lernen. Dementsprechend gibt es auch im Anfängerkurs jede Woche was Neues. Das würde ich sonst auch nicht machen. Machen wir auch im normalen Training natürlich nicht, weil das dann ja einfach von den Wiederholungen, von der Trainingszeit her nicht so ist. Aber da der Anfängerkurs ja eben auch dazu dient, die Leute so ein bisschen abzufangen, dass die halt auch das Interesse zu wecken, dass die halt sehen, wie viel das eigentlich umfassen kann, wie kompliziert das Ganze auch ist und halt so ein bisschen Lust darauf kriegen, sagen, ja, das ist ja total cool, was man hier alles macht, so eine Vielfalt. Da habe ich jetzt total Bock drauf. Wie ist das denn bei euch? Ja, im Endeffekt ist es genauso. Früher hatte ich es auch so, quasi jede Woche was Neues und dann ist man so Stück für Stück einmal durch die ganzen Techniken durchgegangen. Da habe ich auch festgestellt, dass ja einmal aus den genannten Gründen, dass es ein bisschen suboptimal ist und dass verschiedene Grundlagen, Bewegungsgrundlagen dann doch nicht so saßen, dass man dann im weiteren Training irgendwie Spaß hatte. Also man brauchte dann erstmal noch ein bisschen Zeit, um die Bewegungsgrundlagen wieder reinzukriegen. Und da dachte ich mir, das ist eigentlich doof. Das muss irgendwie anders gehen. Deshalb habe ich das dann so ein bisschen auf diese Basics runtergebrochen. Also Oberhau, Unterhau, Stich, Ring de facto. Und die zugehörige Beinarbeit dann noch. Und dann in diese Module dort die entsprechenden Techniken reingepackt, damit man sieht, was es innerhalb dessen noch für eine Vielfalt gibt. Also so wie du das gesagt hast, dass man eben sieht, ich kann jetzt einen Oberhau machen, den kann ich frei zum Kopf machen, den kann ich versetzen mit einem Oberhau, den kann ich aus einer Bindung schlagen, den kann ich zum Kopf oder zu den Beinen hauen und so weiter und so fort. Und das gleiche dann eben mit einem Unterhau und einem Stich, beziehungsweise dann Stichwinden, Stich-Schrägstrichwinden, auch die ganzen Hutengeschichten mit drin, dass einfach dort diese einfachen Basic-Bewegungen relativ gut sitzen. Die sind sicherlich noch nicht auf dem Level, dass man sagen kann, die werden beherrscht. Aber die sind zumindest erst mal auf einem Stand, mit dem man dann auch vernünftig weiter trainieren kann, wo sie auch selber ein Gefühl dafür haben, wann ist die Bewegung zuträglich der Sache, zum Fechten zuträglich und in welcher Form ist die Bewegung nicht so zuträglich und das selber bewerten können, auch selber korrigieren können. Das ist ja die Hauptsache, dass du dann in einem Training auch selbst wirksam werden kannst und das selber einschätzen kannst und nie immer irgendwie einen Trainer brauchst, um zu merken, dass du gerade was machst, was nicht dazu führt, dass du ein guter Fechter wirst. Haben wir jetzt eigentlich so als Fazit quasi schon festgestellt, dass man einen eigenen Anfängerkurs haben sollte, dass das besser ist, als wenn man die versucht, ins reguläre Training zu integrieren? Also zumindest war das unser Fazit als Verein. Würdest du das auch so sagen? Ja, ich kenne es nicht anders, daher ist es schwierig, die andere Seite zu beleuchten. Also sowohl in meinem Verein bin ich reingekommen in den Anfängerkurs und wusste, es gab noch einen fortgeschrittenen Kurs und auch an der GOFS war es so, die hatten Anfänger und Fortgeschrittene getrennt. Das heißt, ich kann dir gar nicht sagen, wie ein Training aussehen würde, in dem es keinen expliziten Anfängerkurs gibt und ob das was bringt oder nicht so viel. Okay, dann haben wir jetzt sozusagen nicht die Gegenstimme vertreten. Wir haben das, wie gesagt, ausprobiert über eine ganze Zeit lang, war nicht zur Zufriedenheit der Allgemeinheit und ich glaube auch nicht der Anfänger. Weil was ich nicht unterschätzen würde, ist, wenn du jetzt als Anfänger in eine Gruppe kommst und da sind lauter Leute da, die aus Anfängersicht total die Experten sind, das ist egal, dass sie vielleicht auch selber ja schon ein halbes Jahr da sind, aber sie können halt Dinge und man selber halt nicht. Und wenn das die Referenz ist und man vergleicht sich immer mit denen, dann kann es schon sehr frustrierend sein, weil man halt irgendwie das Gefühl hat, da muss ich ja noch ewig hintrainieren, weil man selber ja auch nicht so sehr seine Fortschritte sieht. Wenn man jetzt aber halt gleichzeitig mit anderen Anfängern anfängt, dann hat man da einen Referenzrahmen und sieht, okay, das ist ja völlig normal, dass man am Anfang halt nicht lechten kann. Und dann glaube ich zumindest, dass das auch die eigenen Anspruchsdenken ein bisschen auf ein realistischeres Level hebt, dass man halt sieht, okay, die anderen haben auch Probleme, bei denen klappt es auch nicht so und wir haben jetzt hier irgendwie keine Wundertalente drin, die zweimal so ein Training kommen und dann schon die krassen Aktionen fechten können, sondern es ist halt scheinbar ein Prozess, das ist ganz normal, das sehe ich bei den anderen auch so, prima, dann passt das ja. Und dann vergleicht man sich halt mit Leuten aus seinem eigenen Level, die selber auch Fortschritte machen. Und ich habe das Gefühl, dass das zu einer gesünderen Trainingseinstimmung führt, von dem, was ich jetzt mit den Leuten geredet habe und was ich beobachtet habe. Das, was du jetzt gerade ansprichst, das bringt mich zu einem interessanten Punkt, denn ich habe vor HEMA Kung Fu gemacht und da gab es ein Graduierungssystem. Das heißt, alle haben zur gleichen Zeit trainiert, aber hatten eben unterschiedliche Grade vom Anfängergrad, also weiße Scherpe bis zum Meistergrad, schwarze Scherpe. Und da war es einfach anhand der Farbe, die die Leute um den Bauch gebunden hatten, klar, dass sie einfach was mehr können oder irgendwie, ja, sagen wir es jetzt mal so. Das haben wir ja im HEMA-Bereich nicht so oft. Also ich weiß, bei Schwert und Bogen gibt es das, die haben ein Graduierungssystem. Aber ansonsten ist es relativ, also ich kenne keine anderen, sondern kenne dann eben nur die System-Anfängerkurs und fortgeschrittenen Kurs und dann aber auch wirklich so mehr oder minder zu getrennten Zeiten und mit getrennten Trainingsinhalten. Ja, es gibt noch ein paar. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber so die Leute in dieser Militärsäbelecke, auch mit jetzt Markus Hampel und so, die haben ja irgendwann so ein Prüfungssystem angefangen, wo sie sich quasi gegenseitig prüfen nach bestimmten Kriterien. Ich habe da schon lange keine Posts mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob das noch gemacht wird, aber da hat man sozusagen wie so ein kleines Abzeige gekriegt für seinen Gürtel. Das macht, glaube ich, Schwert und Bogen auch noch so. Und es gibt ja dann noch die, wie heißen Sie, ich glaube, moderne Schwertkunst irgendwo in dem Großraum München. Die sind auch so ein bisschen asiatisch angehaucht, machen das auch mit so einem Scherpensystem. Und zum Beispiel aber auch Schwertfechten Nordhessen hat so Aufnähe für die Jacke in verschiedenen Farben, die eben im Grunde Graduierungen sind. Ich glaube, sogar Björn von Hammerborg hat auch mal gemeint, für seinen Kurs, für die Maya-Class hat er das irgendwie angefangen. Ist das was, was du dir auch vorstellen kannst? Ja und nein. Also ich finde diese, also ich habe das Graduierungssystem auf zwei Arten mitgemacht. Das eine war im Judo und das andere war im BJJ. Und das im Judo ist so, wie du das jetzt auch geschrieben hast. Du hast halt im Grunde verschiedene Gurtstufen, die sind unterschiedlich graduell eingeteilt und man macht dann halt Prüfungen und dann schreitet man voran. Und was ich aber auch von anderen Kampfkünsten weiß, jetzt auch, keine Ahnung, Karate oder so, diese Prüfungen sind in der Regel ein ziemlicher Witz. Also nicht jetzt die Schwarzkurt-Prüfungen, aber die meisten auf dem Weg dahin, weil du hampelst da halt irgendwas vor. Eigentlich sind das so Sportarten, die man als Kind anfängt. Wenn das irgendein Achtjähriger hinkriegt, diese Gurtstufe zu kriegen, dann kriegst du die auf jeden Fall auch hin. Und du machst das halt im Sinne einer kooperativen Partner-Demo und dann frage ich mich halt schon, was du da irgendwie zeigst. Also natürlich hat das Vorteile für den Trainierenden, dass der halt irgendwie einen Anreiz hat, sich mit dem zu beschäftigen, dass der es ein bisschen besser einordnen kann. Aber ich bin kein Freund von dieser Art der Gurt-Systeme, weil das hat dann halt auch so Blüten, wie dass man beim Judo beim Angrüßen stellt sich immer eine Reihe auf nach Gurtstufe. Und ich meine, ich bin jetzt ja über 1,90. Ich bin jetzt auch nicht der Allerschwächste. Und das fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn du dann halt nach einem, keine Ahnung, Jahr Judo-Training oder so mit irgendwelchen Mädels trainierst. Und ich kann sie halt einfach aus dem Stand aufheben und hinlegen. Und die haben halt einen schwarzen Gurt um und ich habe halt einen weißen Gurt um oder einen gelben zu dem Zeitpunkt. Das war irgendwie nicht so das Allertollste. Beim Brazilian Jiu-Jitsu wiederum funktioniert das ein bisschen anders. Da gibt es zum einen weniger Stufen. Und die Stufen, die es gibt, die werden nach Können vergeben. Und Können wird daran gemessen, wie gut du sozusagen in deren Variante des Freikampfs bist. Also das kann sein, wenn du auf Turniere fährst, wird das dann anhand von dem gemessen, ob du mit gleich guten Leuten auf Turnieren mithalten kannst, ob die alle einpackst oder nicht. Und auch da gibt es natürlich Grenzen, was die körperlichen Unterschiede angeht. Aber letztendlich kannst du davon ausgehen, dass wenn jemand in einer Schule einen höheren Gurt hat als jemand anders, dass der die Leute, die den niedrigeren Gurt haben, solange das jetzt nicht krasse körperliche Unterschiede sind, im Sparring einfach verpackt und die da nicht so viel machen können. Wenn sie was machen könnten, würden sie den nächsten Gurt selber kriegen. Und das führt halt zu einer ganz anderen Wertigkeit. Da werden auch oft keine Prüfungen gemacht, sondern du kriegst den verliehen von deinem Trainer, wenn der sagt, du bist hier zweit genug. Und wenn ich ein Gurt-System irgendwie versuchen wollen würde, einzuführen, dann würde ich das machen. Weil du bist halt, keine Ahnung, Karatiss-Schwarzgurt. Je nachdem kannst du unter Umständen in zwei, drei Jahren halt haben. Im BJJ-Schwarzgurt reden wir halt von zehn bis zwölf im Schnitt. Das ist halt schon ein ganz anderes Level, wo du halt haben musst, auch fechterisch. Und da ich ja als Ziel habe, gute Fechte auszubilden, wäre das halt eher was, wo ich nachgucken würde. Jetzt, wo du es so erzählt hast, fiel mir auf, dass im Prinzip die Modularisierung des Anfängerkurses, die ich damals noch eingeführt habe, ja, de facto ja auch, also wir haben dann keine Aufnäher verteilt oder sonst was, aber de facto waren die Leute ja in verschiedenen Stufen eingeteilt. Eigentlich ist das ja auch sowas. Das kommt drauf an, wie die Graduierungen gelebt werden. Wenn das jetzt eine reine Fortschrittsanzeige für dich selber ist und das wissen die anderen gar nicht, das ist eine Sache. Aber der Witz an den japanischen Graduierungssystemen ist ja, das ist sehr deutlich. In Judo und in BJJ hast du einen Gürtel um oder einen Scherpe oder einen unterschiedlich farbigen Anzug. Und das wiederum bildet eine Hierarchie ab. Ja, also das ist eine klare Hackordnung. Buntere Gürt gleich besserer, tollerer, länger dabei. Und wenn du das so öffentlich machst, dann hast du halt alle Nachteile, die daraus entstehen, dass die Leute halt sagen, ach, ein Weißgürtel, nee, mit dem trainiere ich jetzt nicht. Und ohne aber, dass du halt vielleicht tatsächlich technisch den Hintergrund hast, dass die, also wenn die Gürtel sozusagen das reines Ding ist, wie lange die Leute dabei sind, dann gibt es ja eigentlich keinen Grund, da zu sagen, mit einem Weißgürtel trainiere ich jetzt nicht oder so. Aber das ist halt die große Gefahr dann, dass das sozusagen als unter der eigenen Würde betrachtet wird. Und das habe ich im Judo und auch im BJJ beides mehrfach erlebt. Oh, das ist ja krass. Also, dass dann Leute nicht mehr als Trainingspartner wahrgenommen werden, sondern als, ja, wie kann man das beschreiben? Eigentlich so wertige Objekte. Also, du fühlst dich schon so ein bisschen wie so ein Mensch zweiter Klasse an der Stelle. Und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Jetzt haben wir aber noch so ein bisschen, also, wir haben jetzt festgestellt, okay, reguläres Training integrieren, ein bisschen schwierig, Anfängerkurs, wahrscheinlich schon ganz nett. Lass uns mal noch drüber reden, was brauche ich denn für so einen Anfängerkurs? Also, brauche ich da Leihausrüstung, ja oder nein? Na, wie du es vorhin beschrieben hast, ist es ja nicht unbedingt notwendig. Also, irgendwie schwertähnliche Gegenstände reichen. Und rein theoretisch kannst du sagen, wenn du es auf geschickte Art und Weise verpackst, das Ringen als erstes voranzustellen und das so machst, dass die Leute auch dabei bleiben, dann brauchst du am Anfang erst mal gar nichts. Ringen am Schwert. Immer dran denken. Wir haben kein reines Ringen gemacht. Ich meinte jetzt sozusagen wirklich das reine Ring, dass man, wenn man das reinbringt, wenn man das irgendwie so reinbringt, dass es cool ist. Und in der Zeit kann man dann sagen, hier, passt auf, ihr braucht ein Schwert. Keine Ahnung, irgendwie so einen einfachen Waster. Das wäre die Voraussetzung. Das braucht ihr dann innerhalb eines Monats. Und dann so rangehen, dass man immer sagt, okay, jetzt habt ihr das, passt auf, als nächstes braucht ihr die und jene Ausrüstung oder das vielleicht auch schon vorher kommuniziert, wohin es mal geht, wie viele Eskalationsstufen an Ausrüstung es da gibt. An der Stelle, Alex hat eine schöne Zusammenfassung gemacht, was man denn so für HEMA-Ausrüstung an Geld ausgeben kann. Und ich muss ehrlich zugeben, ich war ein bisschen schockiert, denn diesen Preis dann mal auf einer zusammengerechnet zu sehen, das war mir gar nicht so bewusst. Das sind durchaus für, damit man schon halbwegs vernünftiges Training machen kann, also Maske, Handschuhe, Schwert, vielleicht Stechlatz war, glaube ich, noch mit dabei. Du hast es da als Anfängerausrüstung beschrieben. Das waren schon über 500 Euro. Und die komplette Vollkontaktausrüstung waren über 1.000 Euro. Das hatte ich persönlich gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe mir das alles so Stück für Stück zusammengekauft. Ist natürlich die Frage, ob man damit nicht vielleicht einen Anfänger, der jetzt ins Training kommt und sagt, ja, pass auf, also so, wenn du Vollkontakt machen willst, also innerhalb eines Jahres, möchtest du schon dann so an die 1.000 Euro ausgeben? Ich glaube, besonders bei Schülern und Studenten wird das auf, ich sage mal, sparsame Reaktionen stoßen. Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Also meine Erfahrung an der Stelle war, also wir haben ja Leihrausrüstung jetzt und gerade die Masken sind natürlich super, weil Situationen, wo man sonst als Trainer, wo einem der kalte Schweiß ausgebrochen wäre, ist jetzt halt was, wo man denkt, naja, okay, sie hatten ja die Maske auf. Ich muss jetzt was sagen und so, aber das ist jetzt nicht so, so gefährlich gewesen, wenn sie das ohne Maske gemacht hätten. Weil Anfänger machen natürlich, fährt das ja auch Sinn der Sache. Und bei uns ist es halt so, wir sagen halt, naja, also guck mal, wenn ihr ins reguläre Training dann einsteigt, braucht ihr halt Handschuhe, Maske, Halsschutz, Schwert. Und die Reihenfolge wäre, Maske, Handschuhe, Halsschutz für Schwert oder vielleicht Schwert vor dem Halsschutz, weil Schwerte haben wir meistens genug da zu bleiben, aber die Maske, da haben wir halt ziemlich genau so viele da für einen Anfängerkurs. Das heißt, wenn der nächste Kurs losgeht, dann kriegen die den halt und dann habt ihr die nicht mehr. Und unser Anfängerkurs zieht dann auch dazu, dass die sich schon mal daran gewöhnen, wie das ist, mit Ausrüstung zu fechten und dass sie sich halt auch überlegen können, ist das jetzt wirklich ein Hobby, wo ich weitermachen möchte oder nicht? Also man macht ja dann auch nicht direkt am ersten Mal, verschreibt man ja nicht direkt den Vertrag meistens, sondern hat ja ein, zwei, drei Probetrainings zur Verfügung. Und dass man dann halt sagen kann, okay, ich habe mir das jetzt angeschaut, ich weiß, okay, ja, das möchte ich machen. Dann kann ich halt schon mal während dem Anfängerkurs gucken, dass ich dann das Geld zusammenspare oder dann halt vielleicht währenddessen schon mal ein bisschen Ausrüstung kaufe. Und danach ist es dann meistens so, dass die Leute halt noch eine ganze Zeit lang weiter trainieren mit der Ausrüstungsstufe und dann halt vielleicht noch mal ein halbes Jahr vergeht oder so, bis sie sich dann mal noch eine Jacke kaufen. Und dann vergeht vielleicht noch mal ein halbes Jahr und ein ganzes Jahr, bis sie sagen, okay, jetzt hole ich mir noch eine Hose und Schiemann-Schoner und Knieschoner, weil jetzt will ich vielleicht auch mal auf irgendein Turnier fahren, wo ich das halt brauche. Also das ist alles so ein Stufending. Und ich habe halt festgestellt, das war früher auch meine größte Sorge, dass das halt alles zu viel ist, dass das halt bei den Leuten nicht geht. Aber ich habe festgestellt, wenn das einfach das ist, was im Verein vorherrscht und das ist einfach das, was die Leute kennen, die kommen da rein, die wissen ja nicht, was hemer ist, ne? Und das macht ja auch jeder anders. Und die sehen, das ist völlig normal, dann ist das halt auch, okay, dann brauche ich halt die Ausrüstung. Dann geht das halt irgendwie. Ja, lasse ich mir halt für meine Eltern auf Weihnachten schenken oder was auch immer. Und es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, für die ist das wirklich nicht einfach, aber für die kann man dann in der Regel auch was machen mit Leihausrüstung. Aber das große der Leute kriegt das irgendwie hin, dass sie sich das Zeugs dann innerhalb des ersten Jahres alles kaufen. Also nicht alles, alles, aber halt Maske, Handschuhe, Fechtfeder, Halsschutz und meistens sogar noch ein bisschen mehr. Das hat auch einen gewissen Charme, mit was Neuem anzufangen und dann so Ausrüstung sich zuzulegen. Also so ein psychologischer Aspekt, weil es auch ein Gefühl der Zugehörigkeit natürlich ist und wo man dann auch ein Stück weit sagen kann, ah cool, ich kann jetzt mehr machen. Ich habe jetzt meine Maske, ich habe jetzt mein Schwert, ich habe jetzt meine erste Fechtjacke und so. Das ist ein unheimlicher Motivator, wenn man das schafft, so ein bisschen getimt hinzukriegen, dass du ja eben nicht sagst, auf einmal musst du ja Ausrüstung kaufen, damit ihr mitmachen kannst, kostet 1000 Euro. Das ist aus, wie soll ich sagen, Motivationssicht suboptimal, das sozusagen. Aber wir sind ja wieder die Könige der Überleitung, denn das Thema Ausrüstung bringt uns auch zu einem essentiellen Thema, wo wir ein bisschen Feedback bekommen haben von unserer Folge, ob es denn überhaupt deutsche Fechter gibt, historische Fechter, warum das denn nicht der Fall ist, warum so wenige auf Turnieren zu finden sind. Und da haben wir das Thema Sparing und Freikampftraining. Denn da ist Ausrüstung ja eine essentielle Voraussetzung. Genau, die Frage war letztendlich, wann fängt man denn damit an? Also wann lässt man die Leute Freikampf machen, was lässt man die Leute Sparing machen? Es gibt ja durchaus Vereine, die haben lange Anfängerkurse und dann musst du nochmal x Monate oder Jahre warten und dann bist vielleicht zwei Jahre dabei, bevor überhaupt das erste Mal in deinen Freikampf darfst. Das ist bei uns nicht so, sondern die Leute machen innerhalb des Anfängerkurses den ersten Freikampf miteinander, vielleicht auch mit dem Trainer. Das heißt es natürlich nicht, dass die einfach Pferd in die Hand kriegen und aufeinander losgelassen werden, sondern das Ganze ist natürlich in engen Bahnen. Das ist ganz klar, sind ja auch Anfänger. Es ist aber aus meiner Erfahrung so, du könntest das locker mit den Leuten in der ersten Stunde machen mit zwei Einschränkungen. Das eine ist, das möchte vielleicht gar nicht jeder, weil also gerade wenn man das mit Stahl macht, mit Nano ist das ein bisschen besser, ist das dieses, jetzt soll ich da irgendwie in die Richtung von jemand anders mit so einem Stahlschwert und da müssen sich die Leute erst ranarbeiten, dass sie selber merken, das tut nicht viel, wenn man eine Maske anhat und entsprechend Vorsicht walten lässt. Weder bei einem selber noch beim anderen müssen sie sich daran gewöhnen und das würde wahrscheinlich eher die Leute abschrecken. Und das Zweite ist, dass man das ganz, also wenn du es wirklich in der ersten Stunde machen würdest, kannst du das nicht so gut mit den Leuten miteinander machen lassen, weil die halt noch nicht die Kontrolle haben und das irgendwie einschätzen können, was ist okay, was ist nicht okay, sie kennen die Kultur noch nicht. Das heißt, da müsstest du irgendwie einen erfahreneren Trainingspartner haben. Was man aber zum Beispiel machen kann, das habe ich immer auf einem Event von uns mal gemacht. Da war eine Freundin meiner Freundin da und die hat das noch nie gemacht und fand das halt irgendwie nett und ich habe halt gemeint, hey, magst du das nicht mal ausprobieren? Im Endeffekt, ich habe mich komplett aufgerödelt, ich habe ihr Handschuh angezogen, eine Maske aufgesetzt und leider schwer die Hand gedrückt und sage, so, guck mal, ich bin komplett angezogen, du kannst mich überall hauen, am Oberkörper, ja, von Hüfte bis Kopf, das ist völlig egal, mir kann nichts passieren und übrigens, ich bin ziemlich erfahrener Fechter, also ich kriege das dann hin. Ich wehre mich auch nicht, ja, aber du kannst beliebige Angriffe schlagen, habe ich halt quasi noch ein bisschen gezeigt, Oberhau, Unterhau, Stiche, solche Dinge, habe sie das ein paar mal machen lassen, also Kadipri und guck mal, hau mir mal zum Kopf, ja, genau, das ist perfekt, kannst du gerne ein bisschen fester, ja, genau, prima, stich mich mal, ja, genau, so kannst du das machen und dann habe ich sie halt einfach mal machen lassen. Ich habe einfach nur versetzt, 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 bis sie halt irgendwann müde war, das war überhaupt kein Problem und die waren natürlich ein bisschen überfordert, weil es einfach körperlich auch, auch natürlich anstrengend waren, und sie das nicht gewohnt war, aber das war nicht so, dass das in irgendeiner Form unsicher gewesen wäre, weil sie war ja überhaupt nicht in Gefahr, ne? Das ist halt so das Extrembeispiel, was du machen kannst, aber trotzdem dieses, und dann müssen die erst x Jahre dabei sein, bevor sie überhaupt das erste Mal das Belling machen, halte ich für ziemlich fragwürdig. Ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass gerade auch, wenn man nicht so richtig weiß, wie man die Leute an das Thema ranführt, dass das dann ein bisschen anspruchsvoll ist, aber ich kann es überhaupt nicht bestätigen, dass das den Leuten irgendwie fechterisch schaden würde, wenn die das früher machen, ganz im Gegenteil, ja, dann kriegen die einen völlig anderen Zugang zu dem Ganzen und gewöhnen sich nicht erst Zeugs an, was sie hinterher eh nicht umsetzen können, sondern es ist vom Anfang an halt dieses, okay, ich weiß ungefähr, wie sich das anfühlt, wenn jemand tatsächlich versucht, mich zu hauen, und das ist der Punkt, den ich technisch erreichen will, wenn ich jetzt die Technik zum Beispiel übe. Wir sind da ziemlich gnadenlos dann rangegangen. Ich habe gesagt, lass uns einfach von der ersten Stunde an am Ende so eine kleine Sparrings-Einheit mit dazu machen. Das Training an sich hat ja auch schon Sparrings-nahe Elemente oder kampfnahe Übungen, wo sie das schon kannten. Die haben schon mal anderen auf die Maske gehauen, voll auf die Mappe. Und die kannten den Impact, die kannten auch das, was es bei ihnen selbst bewirkt und waren sozusagen innerhalb der ersten Stunde schon ganz gut rangeführt. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe mich mit Markus Hampel in der Tat mal unterhalten und er meinte damals, dass das bei denen in ihrem Säbelfechten, in ihrem Verein essentieller Bestandteil ist, diese Freikampfeinheit am Ende. Also es sind keine wettbewerbsorientierten Fechter, aber eben der freie Kampf gehört, ist da fester Bestandteil. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Ich habe das mal ausprobiert und festgestellt, dass einmal durch die Desensibilisierung während des Trainings die Leute schon wussten, okay, ich kann dem da auf die Maske hauen und da passiert nichts Schlimmes. Und das dann eigentlich auch alle machen. Es gibt welche, die sind vielleicht ein bisschen zurückhaltender, aber da hat eigentlich keiner allzu große Ängste. Und auch, was noch nie passiert ist, ist, dass es in irgendeiner Form am Anfang eskaliert ist, weil die Anfänger tendenziell eher viel zu vorsichtig sind, viel zu zurückhaltend und viel zu viel Schiss haben, jemandem wehzutun und da eben sich entsprechend zurückhalten. Und in der ersten Stunde hast du dann eben nur Oberheue, die du kannst, du versuchst sie zur Maske durchzubringen. Und dann ist es halt so. Und wenn du, also es wird halt bunt gemischt, jeder gegen jeden irgendwie. Und hast du eben auch ein bisschen erfahrenere Anfänger dabei, die sich dann aber eben schon super kontrollieren können. Die wissen, okay, da ist jetzt hier gerade die erste Stunde da, dem muss ich jetzt hier nie voll vermöbeln, sondern da auch irgendwie ein bisschen eine Chance geben. Und das Feedback, was ich bekommen habe damals von den Leuten, die ich das habe machen lassen, quasi in der ersten Stunde, war durchweg positiv. Also hat zwar jeder gesagt, oh Gott, das ist ja völlig überfordernd. Aber das hat, für mich hat das den Trainingseffekt, dass man sofort sieht, okay, es ist hier was anderes, wenn du frei kämpfst, als so eine gesittete Übung, dass sie das auch von Anfang an kennen, dieses Gefühl. Und also eine Gewöhnung an die Wettkampf-Situation oder eben eine Gewöhnung an diese Freikampf-Situation. Und das hat aber allen immer super Spaß gemacht. Also es hat jeder gesagt, oh, das ist ja schon ganz schön krass, aber es ist super geil, das macht richtig Spaß. Und das hat mich darin bestärkt, das dann auch immer so ein bisschen zu forcieren, dass wirklich ab der ersten Stunde sollte eine kleine Freikampfeinheit mit dabei sein. Die muss nicht exzessiv sein, also so wie du es beschrieben hast. Maske und Handschuhe vielleicht noch und Nylonschwert. Aber da passiert nichts, wenn man damit anfängt, aus meiner Erfahrung. Mir hat mal ein Boxtrainer erzählt, er macht immer das Gleiche, wenn die Leute das erste Mal zum Training da sind. Er lässt sich Boxhandschuhe anziehen, die sind ja relativ groß, und lässt sich eine Doppeldeckung machen. Das heißt, man nimmt dem Wissen seine Hände hoch und versteckt sich so ein bisschen da hinten. Und dann soll der Partner einfach mal ganz locker in Richtung Kopf schlagen und hat immer die Deckung treffen. Und der hat das deshalb gemacht, weil er gemeint hat, er hatte öfters Leute gekriegt, die haben das einmal probiert und haben dann so gesagt, nee, das kann ich nicht, dass mich da jemand versucht zu schlagen und das geht halt gar nicht. Und für ihn war das halt ein Mechanismus, um das auszusortieren, weil das Leute waren, mit denen er gesagt hat, also jetzt könnte ich sich vielleicht irgendwie daran gewöhnen, dass sie das dann okay finden, aber eigentlich, das ist so viel Aufwand, das bin ich nicht bereit, an der Stelle zu investieren. Und er hat das quasi gemacht, als Variante, die Leute auszusortieren. Das ist halt was, worauf man achten muss und welchen Anspruch auch man an sich selber hat. Es gibt Leute, denen fällt das am Anfang schwer, aber wenn du die langsam ranführst, dann kommen die auch an den Punkt, dass sie das können. Und wenn man jetzt natürlich gleich einsteigt, kann es halt sein, es bleiben halt am Ende die Leute, für die das okay ist. Da ist halt die Frage, ist das das, was man möchte? Also möchte man Leute, die damit kein Problem haben, gleich im ersten Training einzusteigen? Und was ist mit den anderen? Oder ist das okay, wenn dann halt Leute, die damit ein Problem haben, einfach nicht mehr kommen? Das ist so ein bisschen eine Grundsatzfrage, die man sich halt stellen muss. Was bin ich auch bereit, den Leuten entgegenzugehen, was wir am Anfang auch schon hatten? Also oder entgegenzukommen vielmehr. Ja, wen willst du im Training haben? Und auf wen kannst du verzichten, wenn man es jetzt mal ein bisschen straff ausdrückt? Ja, also das könnte ja so weit gehen, dass du sagst, ich habe eine bestimmte Ausrichtung mit meiner Gruppe, das ist das, was wir machen wollen. Und jetzt kommt jemand ins Training und sagt, der würde aber gerne was anderes machen. Richtest du dich nach dem? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber sowas hast du halt auch im Kleinen. Du kannst halt sagen, wo ist denn die Linie im Sand? Also was bin ich noch bereit, in Kompromissen einzugehen, um den Leuten entgegenzukommen? Und wo sage ich dann, nee, das ist also, dann bist du vielleicht bei uns einfach nicht richtig. Vielleicht gibt es ja noch einen zweiten Thema-Verein in der Stadt. Guck doch mal zu dem, das sind auch nette Leute, die machen vielleicht eher das, was du suchst auch tatsächlich. Ja, aber dieses Aussortieren geht natürlich auch in die andere Richtung. Wenn jetzt jemand mit ein bisschen zu ambitionierten Ansprüchen kommt oder mit Vorstellungen, die sich nicht mit einem kooperativen Vereinsleben vereinbaren lassen. Da muss man als Trainer dann auch natürlich die Kompetenz haben, solche Leute einmal zu erkennen und auch charmant vielleicht zu bitten, doch sich was anderes zu suchen. Tatsächlich ist da auch so, das war früher total das Problem, dass dann irgendwie Leute darum diskutiert haben und das auch nicht so richtig akzeptiert haben. und dann wurde der Trainer sozusagen ein bisschen herausgefordert, immer mit Nachfragen und so. Aber seit wir einfach in ausreichendem Maße Sparing machen, ist das auch null zurückgegangen. Weil wenn die Leute halt meinen, ah, ich weiß nicht, haben die hier wirklich was drauf oder nicht? Ja, ich fordere die jetzt mal so ein bisschen, vielleicht ich mal ein bisschen mit denen, dann werden wir schon sehen, was passiert. Und dann sehen sie halt, dass das, was passiert ist, dass sie halt keine Chance haben. Also auf eine freundliche Art und Weise, ja. Aber dass das halt einfach nicht läuft. Und wenn sie dann halt fragen, sag mal, wie müssen sie so gut werden? Na ja, also müssen wir bei uns das Training regelmäßig mitmachen, ist dann, ah, Erkenntnisgewinn. Okay, scheinbar funktioniert das Training bei denen. Ich bin überzeugt, ich bin der Kirche der Schwabenfedern beigetreten sozusagen. Oder sie kommen halt nicht mehr, weil sie das mit ihrem Ego nicht vereinen können. Das kann auch sein, aber das ist dann auch okay. Wie misst man eigentlich Erfolg im Anfängertraining? Oder wie misst ihr bei euch Erfolge der Anfänger, der Anfänger, dass sie einen gewissen Progress haben, dass sie irgendwie auch sehen und ihr auch als Trainer seht, dass sich da irgendwas entwickelt? Also, wie gesagt, das eine ist, dass man halt guckt, wie oft sie wirklich da waren. Also das, was man an der Uni einen Sitzschein nennen würde, ausreichend oft im Training tatsächlich physikalisch anwesend gewesen, dann wird wahrscheinlich was hängen bleiben. Ansonsten geht es natürlich auch ein bisschen nach der Einschätzung des Trainers des Anfängerkurses, wenn der halt sagt, also der oder die, die war jetzt zwar ausreichend oft da, aber irgendwie, da gibt es noch Barrieren, dann wird den Leuten halt empfohlen, nochmal einen Kurs mitzumachen und in der Regel akzeptieren die das dann auch und sagen, ja, ich habe auch schon das Gefühl gehabt, dass ich ein bisschen hinterher hinke. Klar, dann mache ich das einfach nochmal, aber das ist jetzt nicht so super formal, dass wir jetzt irgendwie eine Abschlussprüfung hätten oder so. Macht ihr was in der Richtung? Ja, wir haben eine eingeführt. Also, ich habe gemerkt, früher war es irgendwie so ein bisschen auf Zuruf, wer in den fortgeschrittenen Kurs durfte und dann waren Leute mal da, mal nicht da und du musstest dann irgendwie erklären und dich rechtfertigen, warum jetzt der eine schon im fortgeschrittenen Kurs ist und warum der andere nicht und bla und Keks. Und das hat ziemlich genervt, habe ich gesagt. Jetzt mal eine Prüfung. War auch inspiriert, glaube ich, durch Markus Hampel in der Tat, weil das bei denen auch der Fall ist, dass sie eine definierte Prüfung haben und in dieser Prüfung wird halt einmal das Curriculum kann drankommen, also die Prüfung umfasst jetzt nicht alles, aber es kann alles drankommen. Es ist Theoriewissen zu den Quellen dabei, zur Interpretation, zu was ist historisches Fechten, wie ist so ein Langschwert aufgebaut, so ein bisschen Hintergrundwissen, dass man sicher gehen kann, wenn man die mal auf ein Event schickt und die unterhalten sich dann mit jemandem aus einem anderen Verein, dass die dann nicht sagen, oh Gott, da habe ich mich mit einer vom Schwertspiel unterhalten, meine Fresse, das kann sich keinem anbieten, sondern dass da auch ein bisschen Fundament dahinter ist in Bezug auf die theoretischen Basics und die anderen Sachen eben einmal in einer Idealsituation vorführen, sagen, worauf geachtet werden muss, blablabla, für zwei Leute ist es so eine halbe Stunde und das wird von einem Trainer, der macht die, stellt die Fragen, der andere notiert und dann werden Punkte verteilt beziehungsweise halt Werte, prozentuale Werte anhand eines, anhand einer Musterlösung, genau und Ist da schon mal jemand durchgefallen? Ja, da sind schon Leute durchgefallen. Okay. Ist aber dann nicht schlimm, also der einer, der durchgefallen ist, hatte halt einen klassischen Prüfungs-Blackout und also von dem ich weiß und der andere, der hatte nicht mitbekommen, dass ein bestimmter Bereich, nämlich das Ringen am Schwert auch noch da dazugehört, weil wir sagen, das Ringen an sich gehört jetzt nicht mit dazu, dass ihr das zeigen müsst, aber eben die Techniken des Ringens am Schwert gehören dazu. Das war ihm nicht so geläufig und ja, da wurde nach Ringen am Schwert gefragt und dann beim nächsten Mal hat das in Parexelons dann vorgeführt. Also eine Prüfung ist auch immer eine Lerngelegenheit und das führt aber eben dazu, Ja genau, also was ist denn das Ergebnis daraus? Also was glaubst du, was das mit den Leuten tut und wie euch das hilft? Es führt dazu, dass sich die Trainierenden exzessiv oder intensiv mit den Lerninhalten auseinandersetzen, weil wir auch, ja, ich glaube, darüber haben wir uns schon mal unterhalten, den Teil haben, dass wir Interpretationen selber anfertigen lassen zu den, zu den Meisterhäuen und dadurch, dass eben alle Sachen mehr oder minder drankommen können, die in dem Teil des Curriculums sind und das sind so im Groben und Ganzen die Teile des Langschwertes der 44 A8, also ist bloß fechtend, ähm, da gucken die Leute dann halt nochmal in die Quelle, ähm, wenn, wenn es um die Techniken geht, lesen das nochmal nach, ähm, machen sich auch so ein bisschen Gedanken dazu, wie zu, zu einer eigenen Interpretation und also es ist ein sehr intensives Beschäftigen mit den, mit den Inhalten und als wir damit angefangen haben, ähm, war so, ja, gemischte Stimmung im Verein, weil wir auch gnadenlos gesagt haben, ähm, jeder, der im Fortgeschrittenen Kurs ist, sollte diese Prüfung gemacht haben, das heißt, alle, die damals im Fortgeschrittenen Kurs waren, durften diese Prüfung nochmal machen, ähm, das sorgte für, naja, wie gesagt, gemischte Gefühle und danach habe ich aber ausnahmslos das Feedback bekommen, ey, das war eine super Sache, jetzt waren wir mal gezwungen, uns wirklich mal damit auseinander zu setzen und das war richtig gut und für uns ist halt dann, also für mich damals als Trainer war das, wenn du dann jemanden im Fortgeschrittenen Kurs hast, dann kannst du eben sagen, okay, wir machen heute Zornhauort und oben abnehmen und dann wissen alle Bescheid, worum es geht und du musst es nicht nochmal irgendwie erklären, sondern die, die wissen mit dieser Technik was anzufangen und die wissen auch ungefähr, worauf es drauf ankommt. Die können die vielleicht noch nicht in Perfektion, aber darum geht es ja dann, das zu trainieren. Das, was du jetzt ansprichst, finde ich einen ganz interessanten Punkt und zwar diese Unterteilung Anfängertraining und fortgeschrittenen Training. Wir hatten bis vor kurzem kein fortgeschrittenen Training, beziehungsweise das, was die Leute immer als fortgeschrittenen Training bezeichnet haben, ist eigentlich das, was ich auch schon seit Jahren versuche unter Grundlagen Langschwertkurs zu etablieren. Völlig erfolglos, ja, weil es ist natürlich bei den Leuten logisch, es gibt ein Anfängertraining, dann ist das andere, wenn ich im Anfängertraining fertig bin, bin ich auch fortgeschrittener, so. Und das ist eigentlich nicht meine Sicht auf das Ganze, sondern du machst einen Einführungskurs und danach machst den Grundlagenkurs und wenn du da mal drei Jahre oder vier dabei bist, können wir mal darüber reden, ob das Label fortgeschrittener quasi passen würde, weil wenn du dann natürlich sagst, jetzt habe ich einen Anfängerkurs gemacht, das bin ich irgendwie bei den Fortgeschrittenen und irgendwie kann ich die Sachen aber alle nicht so wirklich anwenden, also so nichts davon so richtig, ich habe es zwar mal gesehen und das hat halt so einen demotivierenden Effekt auch und dann versuche ich halt immer zu sagen, nein, nein, das ist nicht der fortgeschrittenen Kurs, auch wenn die Fortgeschrittenen natürlich auch mit drin sind, das ist der Grundlagenkurs, da schleifen wir die Grundlagen ein, diese ganzen Sachen wie die Heue und so weiter, das ist kein fortgeschrittenen Training, bitte nicht mit der falschen Erwartung rangehen und ja, wie gesagt, das ist eher so mäßig erfolgreich, das durchzusetzen, vielleicht hätte ich da irgendwie andere Begriffe oder anders rangehen müssen, aber das wäre für mich eigentlich so die Sicht auf das Ganze, die ich leider nicht so ganz angenommen würde und wenn du jetzt aber sagst, bei euch fortgeschrittenen Kurs, meinst du dann wirklich Fortgeschrittene, Fortgeschrittene, also würdest du alle in diesem Kurs dann auch als Fortgeschrittene bezeichnen? um Gottes Willen nein, also das sind Anfänger, die die Prüfung bestanden haben, ich sag mal, beim Sportfechten musst du, glaube ich, auch eine Turnierreife Prüfung machen, dass du dann eben an Wettbewerben teilnehmen kannst und ja, ich würde sagen, so in dem Ranking läuft das auch, also du hast eine grobe Ahnung oder was heißt eine grobe Ahnung, aber du hast eigentlich eine gute Ahnung, was die, was das System betrifft, du hast die Techniken und du weißt, was Heuer, Hiebe, Winden, Stiche, Fußarbeit, Huten sind, also du hast da schon gewisse Grundlagen abgeschlossen, aber ich gebe dir vollkommen recht, es ist, ja, es sind nicht, es sind fortgeschrittenere Anfänger und jetzt ja, sind wir bei dem Problem, was du bereits angesprochen hast, da ein geeignetes Wording zu finden, damit würde ich mich jetzt spontan auch ein bisschen schwer tun. Als Grundlagen würde ich es dann nicht mehr unbedingt bezeichnen, also zu unserer Anfängerkurs, den würde ich als Grundlagenkurs bezeichnen, aber ja, wenn unsere Hörer da einen guten Vorschlag haben, wie man das bezeichnen kann, quasi das, den Teil nach dem Anfängertraining, aber noch nicht Swordfish-Gewinner, schreibt uns an post at schwertgeflüster.de oder via facebook.com slash schwertgeflüster mit u e wie würdet ihr es nennen? Ja, was ich damit so ein bisschen auch sagen wollte, war Sprache schafft auch Wirklichkeit und Sprache lenkt halt die Erwartungshaltungen der Leute. Und gerade bei Anfängern ist es halt wichtig, dass man die Erwartungshaltungen halt, dass man sich darum kümmert, dass sie nicht zu viel von sich erwarten, von ihren eigenen Fortschritten und aber halt auch was das bedeutet, wenn sie eben einen Anfängerkurs fertig haben, sozusagen. Tatsächlich ist das auch so ein bisschen das Ding, wo wir echt noch seit Jahren rumgelegen, wie wir das besser gestalten können, zwar den Übergang von Anfängerkurs zu dem regulären Kurs, weil das ist schon was, wo auch merklich dann einfach ihre Leute wegbrechen, die eigentlich den viel Spaß machen und wir machen das so, das hätte ich noch nicht gesagt, wir haben den Anfängerkurs und den regulären Kurs, der ist am gleichen Tag in der gleichen Halle, wir haben da quasi zwei Hallenhälften und der Anfängerkurs geht eineinhalb Stunden, der reguläre Kurs geht zwei Stunden und wir machen uns auch gemeinsam warm, also das heißt, auch hier die Leute haben die aus dem Regulären Kurs alle schon mal gesehen, weil die haben sich ja mit denen warm gemacht, vor Corona auch mit Partnerübungen und so, haben vielleicht mit denen schon irgendwie einen Mensurlauf gemacht oder so, was auch dazu dient, dass die halt nicht so denken, oh das ist eine völlig andere Gruppe Leute, noch nie gesehen, wer weiß, wie die alle drauf sind, um da so ein bisschen die Angst zu nehmen und hat den zweiten Vorteil, dass die Leute, die den Anfängerkurs machen, hinterher die letzte halbe Stunde Sparinger einfach noch mitmachen können, ohne dass sie da jetzt quasi komplett einen Tag hinkommen, ohne selber Training mitzunehmen. Genau, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch so, dass halt deutlich nach dem Anfängerkurs, wenn es dann in den regulären Kurs geht, dass da halt irgendwie Leute wegbleiben und sind das seit Jahren am rumüberlegen, wie man das geschickter hinkriegen könnte, vielleicht ist tatsächlich so eine Art Abschlussprüfung so ein Ding oder zumindest, dass der Trainer jedem explizit sagt, wir denken, du bist jetzt weit genug, da wirklich reinzugehen, wir haben auch schon über irgendwie Abschluss-Events nachgedacht, dass dann irgendwie die Anfängerkurs miteinander eintrinken geht oder mit den Trainern oder was auch immer, aber ja, so richtig haben wir da noch nichts gefunden, wo wir sagen, das war jetzt das Ding, wo wir sagen, jo, gut, dass wir das gemacht haben, jetzt haben wir die Nuss auch noch geknackt. Also bei uns ist dann die Dabeibleiberquote eigentlich so bei 100%, denn diese, also die Leute kommen zumindest in dem gleichen Maße, wie sie auch vorher beim Anfängerkurs waren. Wenn sie vorher beim Anfängerkurs nur alle vier Wochen waren, dann machen sie das dann danach auch so. Nehmen das dann eben so als Randhobby noch mit, aber das ist ja auch okay. Und diese, diese Prüfung zu bestehen, das schafft auch so ein, so ein Stück weit Selbstwert, weil die halt auch, weil es auch eine Prüfung ist, die, da kann man durchfallen. Wir sagen halt, um weiterzukommen, musst du 80% haben, quasi als Bewertung. und das ist, das erfüllt natürlich jemanden auch so mit einem gewissen, ja, Stolz, könnte man sagen, das Selbstbild wird nochmal so ein bisschen aufgewertet, so sagt, oh geil, jetzt habe ich die Prüfung geschafft, jetzt habe ich auch so einen Motivationsschub hier noch, dann entsprechend weiterzumachen. und für viele ist es auch, dass sie eben in den fortgeschrittenen, ich nenne es jetzt fortgeschrittenen, Kurs wollen und dann eben auch sagen, ich will jetzt die Prüfung schaffen und dass das sich so gegenseitig befruchtet und du hast auch eine Anerkennung durch die Trainer, die dann sagen, Gratulation zur bestandenen Prüfung, das ist so und so viel Prozent und wir freuen uns drauf, dich ab nächster Woche im Kurs zu der und der Zeit begrüßen zu dürfen. Also da ist die Quote derer, die dann schon offiziell dann. Ja, also das wird während regulärer Trainingseinheiten wird die Prüfung auch durchgeführt, also meistens versuchen wir das irgendwie zur offenen Halle zu machen, aber das sind offizielle Einheiten, das steht dann jetzt nicht auf der Webseite oder wird im Internet per E-Mail verkündet, der und der hat so und so viele Punkte, also das ist dann schon geheim, das wird nur den, also was heißt geheim, es wird den Prüfungsteilnehmern gesagt, die da alle zusammen sind, aber es wird jetzt nicht da großartig dann im ganzen Verein verteilt, die Information und wenn dann eben jemand Neues dabei ist, zumindest habe ich das so gemacht, dann auch immer die Neulinge entsprechend dann vorgestellt im fortgeschrittenen Kurs gesagt, hier, XY und Z haben jetzt ihre Prüfung geschafft und sind ab jetzt mit bei uns hier oder bei euch jetzt hier in diesem Kurs dabei. Interessant. Ja, weil da ist es wirklich das, dass du den Leuten explizit sagst, wir, also das klingt ja auch noch mehr als einer Person, wir denken, ihr seid reif genug. Durch die Prüfung, oder was meinst du? Ja, genau, und dass das halt von Trainern abgenommen wird. Ja, ja, absolut. Also, die nehmen sich dann auch Zeit zur Auswertung der Sache, ne, es ist dann nicht irgendwie in fünf Minuten, sondern, also die Prüfung bei zwei Leuten geht ungefähr eine halbe Stunde, also für jeden ungefähr eine Viertelstunde an Sachen, die er selber da tut, oder sie, und, ja, die Auswertung kann dann auch mal irgendwie eine halbe Stunde dauern, also, das ist schon ein gewisser Aufwand, und, meiner Meinung nach auch eine gewisse Wertschätzung, die da mit rüberkommt. Interessant. Was ich jetzt noch loswerden wollte, das hat noch nicht so richtig zu einem von den anderen Punkten gepasst, aber das ist ganz essentiell, finde ich, für Anfängertraining. Anfänger sind nicht dumm, die machen Fehler, weil sie nicht fechten können, das ist schon klar, aber das liegt nicht daran, dass sie zu doof dafür sind, sondern weil ihnen die Übung fehlt. Und wenn man mit Anfängern arbeitet, muss man Gelegenheiten schaffen, dass sie üben können, ja, dass sie die Sachen körperlich erfahren können. Und die brauchen zwar schon auch ein bisschen Erklärung und ein bisschen Kontext, was sie jetzt hier eigentlich tun und warum, aber was Anfängern nicht hilft, sind stundenlange, ja gut, ich übertreibe, aber minutenlange Erklärungstiraden, wo man dann all sein Wissen auf einmal über sie ausschüttet, weil man gerade denkt, man muss nochmal fünf Sachen erklären, sondern so viel wie notwendig und dann lasse aber üben, lasse das körperliche Fahren, dann machen sie die besten Fortschritte. Erkläre so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Genau. Ein Credo, nach dem man durchaus leben kann als Trainer. Oder auch als Trainingspartner. Die sind genauso unter den Tätern. Ja, dann lieber einfach durch Zeigen und Interaktion Wissen vermitteln, als durch reine Sprache. Habt ihr eigentlich für eure Anfänger, gebt ihr denen was an die Hand, also irgendwie Informationen, die sie sich ausdrucken können oder die ihr zur Verfügung stellt? Ja, es gibt ein Handout. Also das haben wir bis vor einem Jahr oder so auch tatsächlich physikalisch mal ausgedruckt den Leuten gegeben. Mittlerweile sind wir dazu übergegangen, den Leuten eine PDF zu schicken, weil wir nicht so ganz sicher waren, wie gut das wirklich ankam. Und da steht der Inhalt des Anfängerkurses drin, also wie das alles aufgebaut ist, mit ein paar Stichworten, dass sie sich an die Namen erinnern können und jeweils dem Lichternauer Zitat von den, also dem Lichternauer Merkwörst genau genommen. Und da steht auch Zeugs drin wie der Ausrüstungsguide. Also die kriegen da wirklich detailliert aufgeschlüsselt, kauft euch von diesem Hersteller dieses Modell, wenn ihr das nicht wollt, kauft euch von dem Hersteller das Modell, bitte keine anderen, weil wir wissen, der Rest taugt nicht. Das plus halt Verhaltensregeln, also sowas wie, ja, also zum Beispiel, dass man mit dem Partner trainiert und nicht gegen ihn, dass man immer, wenn man Sparing macht, mindestens mal Handschuhe und eine Maske aufzieht und nicht auf die Idee kommt, das ohne zu machen. Aber halt auch so triviale Sachen, wie wenn du zu spät kommst, machst du den Liegestütze oder jetzt in der Corona-Zeit Knie beugen, dass du nicht mit den Händen auf den Boden musst. Mhm. Ja, im Prinzip gibt es das bei uns auch. Also so eine Zusammenfassung, da stehen dann auch noch die einzelnen Inhalte der Module drin und was sozusagen dann auch de facto prüfungsrelevant ist. und ja, so ein paar Verhaltensregeln. Die Gestützregelung gibt es bei uns auch. Ja, ist auch immer eine schöne Sache, da fühlen sich Leute sicher und geborgen, wenn sie irgendwelche Dinge abarbeiten können oder wenn sie irgendwas haben, wo sie nochmal nachgucken können. Aber zum Beispiel die Ausrüstungsempfehlung, die stand bei uns jetzt bloß auf der Webseite und wird auch aktuell gerade nicht so gut gepflegt, glaube ich. Das ist aber auch durchaus eine coole Idee, das in so einen Anfänger-Guide mit reinzunehmen. Das ist gut. Ja, das war auch so ein bisschen so. Die Webseite hat manchmal ein bisschen hinterhergehängt, aber der Anfänger-Guide hatte immer eine klare Deadline. Da wusste man, man muss es wirklich aktuell halten, weil danach richten sie sich dann. Und da steht auch sowas drin, wie eben, dass der Anfänger-Kurs die ganze Ausrüstung kriegt und dass man eben den Anfänger-Kurs lang sich das Zeug leihen kann und danach auch noch, falls was da ist, aber wahrscheinlich gerade bei den Masken zum Beispiel wird danach nichts mehr zu leihen da sein. Das heißt, bis dahin bitte eigene Ausrüstung kaufen, dass halt keiner sagen kann oder habe ich aber von nichts gewusst und total überrascht sein. Weil Leute akzeptieren Regeln, solange die Regeln klar sind. Die Leute wollen halt nicht überrascht werden mit irgendwie und dann ist es jetzt so und sie haben nichts mitgekriegt, aber wenn das halt von Anfang an klar ist, was Sache ist, auch mit den Verhaltensregeln im Training, dann wird das auch akzeptiert. Wenn ich dich jetzt zum Abschluss frage, was ist deiner Meinung nach das Wichtigste im HEMA-Anfänger-Training? Was sagst du? Da muss ich noch kurz sogar nachdenken. Hast du eine Meinung? Magst du anfangen? Also meiner Meinung nach ist das Wichtigste, dass die Leute sicher trainieren können, dass sie motiviert trainieren können aufgrund entsprechend, ja, dass sie motiviert trainieren können und dass sie die Grundlagen des historischen Fechtens beigebracht bekommen. Und das alles ergibt sich dadurch, dass man Trainer mit einer entsprechenden Ausbildung hat, wie auch immer die aussieht. Also ob die jetzt vereinsintern ist oder ob die durch sonstige Weiterbildung geschieht, aber es steht und fällt mit einem vernünftigen Trainer. Das heißt zusammengefasst, das Wichtigste im HEMA-Anfänger-Training ist ein richtig guter HEMA-Trainer. Ich hätte auch Sicherheit gesagt. Also in dem Moment, wo du es gesagt hast, habe ich mir auch gedacht, was ist das Wichtigste? Sicherheit. Die Leute müssen sich sicher fühlen, auch sicher sein, also dürfen sich da nicht irgendwie wehtun oder gar verletzen. Und letztendlich bist du als Trainer ja für sie verantwortlich. Du bist der Erfahrene im Raum. Du musst dafür gucken, dass sie, dass du eine sichere Trainingsumgebung herstellt. Und wenn alles andere den Bach runtergeht und die Leute keinen Spaß haben und die Inhalte nicht gut rübergebracht werden, sind okay, das kann halt mal passieren. Dann machen wir das nächste Mal besser. Aber es muss halt immer sicher sein. Das muss immer sichergestellt sein. Mach's mit. Mach's mit Maske. Genau. Okay, dann hoffen wir, wir konnten heute noch ein bisschen einen Blick geben, wie man das angehen kann, Anfängerkurse aufzubauen, ob man überhaupt welche braucht, wie man an verschiedene Aspekte davon rangeht. Ja. Wenn ihr noch Fragen offen habt, wie üblich, lasst uns das Ganze wissen. Vielleicht findet, also wenn ihr irgendwie noch starke Defizite habt, dann sagt, da habt ihr überhaupt nicht drüber geredet. Es gibt immer die Möglichkeit, dass wir noch eine nächste Folge drüber machen. Aber was mich auch dazu bringt, wir haben das Ganze mit der Außenwerbung gar nicht mehr, da haben wir jetzt nicht mehr drüber geredet. Vielleicht machen wir da auch mal eine eigene Folge draus. Wie man sich denn generell als Gruppe bewirbt und was das für einen Einfluss darauf hat, auf die Leute, die man kriegt. Absolut. Aber heute nicht mehr. Dann, vielen Dank für die heutige Folge, Alex. Danke dir, Michael. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. In der nächsten Folge, liebe Hörer, haben wir wieder einen Gast bei Schwertgeflüster. Und zwar mit dem Titel der Folge, Was bedeutet es, ein Ritter zu sein? Featuring Arne Kutz. Habt ihr Feedback zur heutigen Folge oder Themenwünsche? Schickt uns eine Nachricht an post-at-schwertgeflüster.de oder via facebook.com slash schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, bewertet uns bei iTunes, liked uns auf Facebook und empfehlt uns euren Freunden und Feinden weiter.